Herzlich willkommen zum diesjährigen Banking Check Award. Bereits zum zweiten Mal wird der Banking Check Award für die besten Finanzprodukte sowie Banken und Anbieter des Jahres vergeben. Seit Ende Juni 2013 hatten mehr als 20 Banken und Finanzdienstleister aktiv an der Aktion teilgenommen und ihre Kunden zur Bewertung eingeladen. Bis zum Aktionsende am 30.09.2013 haben Kunden mehr als 4000 Bewertungen abgegeben und ihrer Bank zu einem der Banking Check Awards verholfen. Ich glaube, eine große Innovation ist sicherlich über alle Kanäle erreichbar zu sein. Wir kommen zum nächsten Bereich und zwar beste Mietkaution 2013. Dann hat mit 5,6 von 6 Punkten Kautionsfrei.de gewonnen. Und dazu bitte ich Herrn Littwerk nach vorne. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. 5,6 von 6 Punkten. Eine hervorragende Weiterempfehlungsrate von 98% ihrer Kunden. Insgesamt haben hier 247 Kunden das Produkt bewertet, was durchaus viel ist. Genau. Und vielleicht auch mal hier ein Kundenkommentar. Der sagt, die ganze Aktion bei Kautionsfrei.de lief absolut reibungslos. Habe sie schon mehrmals weiterempfohlen. Alles spitze. Klasse. Herzlichen Glückwunsch. Und für jeden von euch, der noch umziehen sollte, gibt es einen Bonus. Also denk dran, Kautionsfrei, wenn es eine Sache wie Mietkaution geht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir bedanken uns bei allen Kunden für ihre Meinungen und Erfahrungen, sowie Banken, Anbietern und Finanzdienstleistern für ihre Teilnahme beim Banking Check Award 2013. Wir freuen uns auf den nächsten Banking Check Award in 2014. Vielen Dank.